Und damit, KO Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu Donut County. Ihr wisst Bescheid, unserem Lieblingsgame. In dem wir ein Loch sind und alles aufessen, ganz genau. Ah, wir müssen den Becher runterkriegen und das macht uns auf magische Weise so groß, dass wir die Maus essen können. Okay. Oh, die gucken ja ein bisschen viel Fernsehen. Das ergibt irgendwie so ein Gesicht, wenn ich das richtig sehe. Ich habe keine Ahnung. Ist mir auch relativ egal, was da drauf ist. Ihr könnt euch das unten weiter anschauen. Ich werde euch jetzt aufessen. Hallo? Perfekt. Auch noch. Der Koffer passt jetzt. Sehr schön. Ach so. Okay. Ich dachte, das wäre wieder sowas, was nicht dazu zählt. Ich glaube, die Autos zählen nicht dazu. Ist sogar markiert, was dazu zählt, so ein bisschen. Ihr seht, ihr das? Ne, man kann hier drüber. Ich dachte, jetzt hier dieser etwas dunklere Bereich. Der Bereich, wo wir hin können. Aber scheint nicht so. Oh, Donuts. Richtig in dem Spiel, was sich Donut County nennt. Wir können die Donuts rausfeuern. Oh, es geht weiter. Da müssen wir die runterholen hier. Was? Ah, okay. Das macht Fotos und das blendet die dann. Und dadurch fallen die runter. I see. Ich muss einmal feuern. Und dann warten, bis er runterkommt. Ich feuere das jetzt hier kaputt. Weg damit. Ach so, ich dachte, das kommt auch runter. Oh, wer bist du denn? Der ist weiß, der Waschbär. Der scheint schon mehr drauf zu haben. An den komme ich nicht so einfach ran. Oh, okay. Er kann anscheinend... Er ist der Auserwählte. Okay, anscheinend hat er einfach zwei Hits, die er tanken kann. Okay. Und er muss jetzt auch noch da dran. Ach, und dann kommt Pupp runter. Weil sich alle festhalten. I see. Wie cool. Oh, kann ich die ganzen Autos noch essen? Können die auch vorbeifahren? Ja, können sie theoretisch. Ah. Ah. Autos essen. Njam, 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 njam. Ich finde das Spiel ist witzig. Wenn ihr das Spiel auch witzig findet, könnt ihr einmal Daumen hochlassen, damit ich weiß, ob ihr mehr von dem Game wollt oder nicht. Warum sinkt der jetzt noch ab? Jetzt hängen da keine Geisten mehr dran. Das widerspricht sich ein bisschen in der Lore. Pupp. Du bist in Sicherheit. Ich habe keine Ahnung, wie ich dir gesprochen habe. Es ist ein Tag später und merkt mir das nicht. Es tut mir leid. Äh. Miau. Okay, Pupp. Komm raus. Ich brauche diesen Ice-Loft-Ballon. Ich steige auf, um uns zu retten. Das kannst du knicken. Alleine steckst du schon mal gar nicht. Sonst haust du einfach ab. Ich komme mit dir mit. Ich komme auch mit. Für den Fall, dass wir uns in den Hauptrechner hacken müssen. Nein. Ja, bloß nicht. Du bleibst hier. Wollt ihr einfach so los? Ohne irgendeinen Plan. Ähm. Wir werden mit dem Anführer der Waschbären reden. Trashkick. Wir werden in den Bosskampf ziehen. Bitte was? Um ihn in den Hintern zu treten. Du hast doch noch nie einen Bosskampf gewonnen. Diesmal musst du meiner Führung folgen. Vielleicht sollte man zuerst mal mit ihm reden. Wir werden es versuchen. Dann viel Glück mal so. Danke, Coco. Ja, schön. Vielen Dank. Werden wir das doch versuchen. Oh, wir sind ziemlich hoch oben über der City. Die tatsächlich mehr Straßen als Häuser hat. Raccoon City. Seltsam. Wow. Unheimlich. Fühlt sich hier oben auch nicht so viel. Fühlt sich hier oben auch nicht viel anders an. Ganz als ob wir ersetzt wurden. Durch Waschbären. Was? Ich habe doch schon gesagt, dass es mir leid tut. Reite doch nicht ständig drauf rum. Hier sind auch Löcher. Aber natürlich hat das mehr Straßen. Wir haben ja die ganzen Häuser verschluckt. Also vermute ich mal. Ich weiß nicht, ob es direkt wir waren. Es könnten auch andere gewesen sein. Aber ich schätze mal, dass es so ist. Du denkst, das ist alles meine Schuld? Ich fühle mich schlecht. Aber ich kann das nicht rückgängig machen, was ich getan habe. Sorry. WK, hier ist ein Tipp. Du fühlst dich schuldig. Ich gebe dir nicht die Schuld für alles, was Waschbären tun. Wollen wir doch Freunde sein? Also ich schon. Aber wenn wir weiter Freunde bleiben wollen, mach deine Schuld nicht zu meinem Problem. Okay. Oh ja, und wasche mein Auto. Und bade auch meinen Hund. Abgemacht. Bitte was? Finde ich sehr unterhaltsam. Da ist es. Raccoon Hauptquartier. Das da. Okay. Es ist das Ding auf dem alten Observatoriumsberg. Genau. Wow, sieht aus wie eine große Mülltonne. Ich weiß. Cool, oder? Äh, ich denke, es macht Sinn, dass Trash King dort lebt. Naja, ist ja auch Trash King. Trash ist das englische Wort für Müll. Also. Ich verstehe, was der Autor mir mitteilen möchte. Auf geht's. Ja, würde ich auch sagen. Let's go. Wow, das stinkt zum Himmel. Benutzt ihr vielleicht eine Art Umkehrlufterfrischer? Ach ja, trautes Heim. Ich weiß immer noch nicht, was LL bedeutet. Ich werde dieses Spiel wahrscheinlich durchhaben, bis das erste Video online kommt. Heute ist Montag. Morgen kommt das erste Video. Und ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch geht. Aber schreibt es trotzdem gerne in die Kommentare, was LL bedeutet. Okay, du solltest jetzt mal Trash King anrufen. Versuche ihn zu überzeugen, uns zu helfen, alles wieder in Ordnung zu bringen. Machst du Witze? Ich kann ihn nicht anrufen. Es wäre überaus unangenehm. Dann schreib ihm eine SMS. Na gut. Bitte was? Hey. TK? Ah, TK für Trash King. Hat BK dann auch einen längeren Namen? Also, ist der noch da? Hallo? Wer ist das? Sorry, neues Telefon. Ich bin jetzt BK. Ich arbeite für dich. Ich wollte mal fragen, ob es möglich ist, einige der Löcher rückgängig zu machen und den Leuten ihren Müll zurückzugeben. Für was? Okay, egal. Kein Problem. Und? Was sagt ihr? Es hat nicht funktioniert, du. Ich glaube, er ist sauer auf mich. Verdammt. Scheibenkleister? Okay. Weißt du, was Spaß machen würde? Ein Loch zu öffnen? Diesen Ort Platz zu machen. LL. Ich weiß immer noch nicht, was es bedeutet. Yep. Dann nix wie ran. Okay, ein Loch. Kommt sofort. Bist du professioneller Einbrecher hier? Ich dachte schon, mit was soll ich anfangen? Der Schlepptop. Nun, wir haben es versucht. Ja. Ich dachte schon, ne, was soll ich machen? Ja, das war's dann wohl. LL. Äh, äh, ich kann helfen. Passum, wir haben dir gesagt, dass du bei den anderen bleiben sollst. Äh, stimmt. Aber, äh, ich habe, ähm, zwischen den Zeilen gelesen. Ich kann euch helfen, in die Sicherheitsthemen des HQs zu kommen. HQ steht für Hauptquart hier. Äh, zu hacken. Auf diese Weise könnt ihr ein Loch reinschmuggeln. Ich weiß nicht, warum ich immer jedes Wort fünfmal erklären muss. Und wie hacken wir uns rein? Äh, schließ das einfach an das Sicherheitssystem an. Wow, niedlich. Wir können das Katapult benutzen. Okay, hier geht nichts mehr. Da landet das. Und wo muss ich das anschließen? Hier? Oh, Possum-Hack-Protokoll. Klick, klackidi-klick. Und wir sind drin. Ach, wir können jetzt durch die Kamera ein Loch öffnen. Und er bemerkt uns nicht, weil er am Zocken ist. Okay. Was soll ich? Oh. Was? Oh, hier gibt's Food. Batterien, vielleicht wichtig für später. IDK, aber könnte sein. Okay. Oh, wir können ihn schießen. Kannst du, kann er die Tür hier aufmachen? Hier ist zu? Ja. Ah, hier! Da ist sogar ein riesengroßer Schatten drunter. Und die Keycard leuchtet. Das ist wahrscheinlich die Keycard, die wir vorne brauchen, oder? Ja, dachte ich mir, dachte ich mir schon. Dann sind wir drin. Frisch-King, willkommen in meinem Biologie-Labor. Neue Rekruten. Donut County war die Heimat vieler unhöflicher, rumbrüllender Bestchen. Niemand weiß, warum die Tiere da draußen einfach so... Bitte, was hat er gerade gesagt? Es ist unsere Aufgabe, den Zweck dieser nackten Kreaturen zu ermitteln. Seht, wie unsere spitzen Waschbären die Fakten extrahieren. Das ist eine Schlange, Meister. Kann ich die Fliege? Oh, wir müssen jetzt so ein... IC. Und runter. Und links. Und links. Und... Okay. Der ist wahrscheinlich dann wieder... ...dafür da, die Fliegen zu fangen. Wollen wir wetten? Ja, ja. Das sieht man direkt, dass die Kamera so positioniert ist. Tatsächlich. Dann fangen wir mal Fliegen ein. Das war ziemlich schnell. Hier sind auch Schatten. Hallo? Ich wollte da hin. Das ist so ver... Ja, ne. Ist das... Nein. Sieht so aus, als müsste man doch... ...an den Hebel... Nein? Ich dachte, das wäre so. Wenn ich ihn direkt wieder auffange nach dem Hochschießen. Okay. Das macht zwar überhaupt keinen Sinn, aber... Warum nicht? So. Ich trinke mal kurz was während der Animation. Es ist heute einfach noch wärmer als gestern. Keine Panik. Es ist nur ein... ...vielgeleitetes Loch. Das ist aber buchstäblich ganz normal. Ich habe die Notbeleuchtung eingeschaltet. Einfach so aus Spaß. Bitte füllt ihr die nächsten fünf Sekunden eure Verzichtserklärungen aus. Yo, ist das riesig. Wuuuuh. Okay, jetzt müssen wir noch ins Anthropologie-Labor. Wo finden wir jetzt die blaue Keycard? Wir haben ja nicht mehr Räume zur Verfügung. Oder ist sie jetzt auf magische Weise in dem roten Raum erschienen? Waschbären hier ansiedelten, produzierten die Leute... ...von Donut County vielerlei Müll. Wir glauben, dass jedes Stück Müll eine besondere Bedeutung hatte. Unsere Wissenschaftler studieren diesen Müll rund um die Uhr, sodass wir lernen können, eines Tages unseren eigenen zu produzieren. Mal sehen, was sie gerade machen. Sie verbrennen Müll und studieren Kaffeetassen. Kann man durchaus tun. Dass sie auch nicht merken, dass da so ein Riesen-Loch rum ist, was alles auffrisst. Der Schreibtisch geht auch nach... Oh, Feuer. Feuer, wichtig. Ja, für Feuerwerkskörper. Mach ich damit? Ach, da drüben? Ja. Ja, Trash-King. Keine Panik. Es ist alles in bester Ordnung. Wer auch immer Kontrolle über dieses Loch hat, sofort weg mit dir. Ich komm gleich mit meiner Müllkrone und piekst dich damit. Oh, Wasser. Wasser. Oh, I see. Oder? Ich glaube, wenn ich es richtig verstehe, müssen wir einen Feuerwerkskörper haben. Der hier liegt und der entzündet sich dann durch das Feuer hier. Und dann müssen wir den wahrscheinlich wieder hier oben reinschießen. Mal Wasser. Tatsächlich, das Spiel wird kompliziert. Believe it or not. Krank. Oder? Ja. Oh. Nun gut. Damit ist die Tour beendet. Achtung, Lochfahrer. Wir treffen uns in meinem Büro. Danke. Meint er uns jetzt damit, dass wir ihn in seinem Büro treffen? Oder hat er das zu den anderen gesagt? Ja, hier geht bisher die Party ab. Aber das soll so. Feuer im Büro ist erlaubt. Das ist erst Gefahrenstufe eins von zwei. Zweite Gefahrenstufe wäre dann, wenn der Chef seine Donuts nicht bekommt. Oh, hier sind Sachen, die wir gesammelt haben. Oh. Oh, da liegt ja was Süßes. Hier eine Maske, Kaffee, Bienenteile. Maybe ein bisschen catchy. Hier. Jetzt hat es nichts mehr. Okay. Das hier sieht so final aus. Boah, er hat ein Loch mit einem Zaun gefangen. Ich frage mich, wer das ganze Ding hier gescriptet hat. Aber es hat eine tiefgehende Geschichte. Ich spüre das. Oh, Leute. Oh, mein Gott. Was ist denn das? BK. Bitte sofort in meinem Büro melden. Ich öffne dir allein den direkten Zugang. Wir haben eine nie dringende Angelegenheit zu besprechen. Wow. Er hat meinen Namen gesagt. Bist du sicher, dass du alleine mit ihm fertig wirst? Er stinkt mir irgendwie. Ja, er stinkt definitiv. Aber ich komme mit ihm klar. Ich habe doch immer nachgedacht, was du vorhin gesagt hast. Dieses Schlamassel. Diesen Schlamassel muss ich selbst ausbaden. Stimmt, aber du kannst mir trotzdem jederzeit um Hilfe bitten. So ist es nicht. Ich helfe dir gerne. Das weiß ich zu schätzen. Aber ich bin besser als du. Krieg das auch alleine hin. Wünsch mir aber trotzdem mal Glück. Ja, ja, brau ihn nicht. Du machst die Safe platt. Doppel L. Äh, danke. Danke. Warum salzen wir uns aufs Dach ab und gehen nicht einfach durchs Hauptturm? Willst du eine Gurke? Nein, ich bin hier, damit du die Löcher rückgängig machst. Bring alle zurück. Wusstest du, dass du der beste Lochfahrer in ganz Donut County bist? Du bist berühmt, BK. Wow, echt? Stell dir vor, Junge. Paul-Zeit-Mitarbeiter-Status und Gesellschaftsaktien. Die Aktien sind wichtig. Investiert in Wirecard, Leute. Oh Gott, ist Wirecard nicht sogar komplett pleite gewesen? Ich weiß nur, dass deren Aktien extrem krass runtergefallen sind. Ich weiß nicht, ob es die Pleite geht. Das kann ich eigentlich theoretisch mal nachgoogeln. Dann sage ich es euch in der nächsten Folge. Oh mein Gott. Wie krass. Wie wäre es, wenn wir die Folge an der Stelle einfach beenden würden? Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Und tschüss, tschüssi, Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.